Der schnelle Ho-Ho erinnert mich an Weihnachts-Mann, der im Speedrun macht. Speedrun Santa! Rock'n'Roll! Können wir den Sprung ändern? Nein. Wir können... Nein, 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 nein! Da muss ich auf Speed so schnell wie in Weltverwohnung der Geschenke. Speed! Und nicht, dass wir gegen Ende noch ein Geldnot kommen und den nächsten Level nicht freischalten können. Das wäre, glaube ich, auch richtig blöd. Und die Zähne wegdreschen. Wenn ich, wenn ich, ähm, auf Speed bin. Dass meine Bossrun aktiv ist. Das da... Ne, sind keine Dickdars. Ziele Schläge. Ich werde da am Ende, wenn ich mich verkacke, dann bret's immer beim T-Rex, äh, bittendurch die Zähne. Ich glaube, dafür müssen wir brennen. Was willst du denn damit? Ich habe den da erwischt. Der Fledermaus, dude. Der Fledermaus, der ist ja gut. Ja, ha, 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 schön. Okay. Das sind auch so Dinge, die mag ich gar nicht. Ja, ha, 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 ha. Und anhalten sollen. Also wirklich dagegen hüpfen und, äh, bünden. Ja, ha, 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 ha. Ja. Immer mit goldem Henkel. Was zur Hölle? Ja. sehr schön dass sie ja auch wieder eine alte mechanik dabei haben hat euch dachte bisschen tacker was zur hölle so werden hier die die snakebite dinge dann wohl gemacht wow ich hatte befürchtet dass ich das ding weg klatsche den hätte ich gerne vorher noch ja immer durch die zähne komm lass schön weg fliegen ach schade ich bin so neugierig tut mir leid oder war das der resetter für den abschnitt anscheinend ja ich stehe jetzt besser fuck nein Nein! Nein! Oh Gott. Hier ist jetzt der Exit. Eine schöne Zeit. Eieieiei. 50k Münzen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017